Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal ScorpionPlays, Leute. Ja, herzlich willkommen zu einem nachkommentierten Video. Ihr habt im Hintergrund heute ein richtig geiles Game. Das habe ich ungefähr vor drei Stunden erspielt. Ich habe heute den ganzen Tag gezockt, also auch wirklich heute einen Tag, wo ich das Video hochlade. Bevor ich dazu komme, Leute, wollte ich noch für alle Darts-Fans, weil ich weiß, ich habe mittlerweile einige Darts-Fans angesammelt, eine wichtige Sache sagen. Und zwar habe ich jetzt einen Darts-YouTube-Kanal aufgemacht, weil ich habe einfach... Seht einfach selbst, ich erkläre euch da, warum ich das gemacht habe. Ich verlinke es euch mal ganz oben in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr nach dem Video hier dort vorbeischauen würdet. Für alle Darts-Fans, ich will da auch wirklich nur Leute haben, die das auch ein bisschen interessiert, weil die anderen Leute brauche ich da nicht. Ich will auch da nicht viral gehen oder viele Abos kriegen, sondern ich will einfach dort eine Community haben, die vielleicht so aus 5000 Leuten maximal besteht. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann kommt auch mal gerne vorbei, wenn es euch interessiert. Wie gesagt, falls ihr euch so generell interessiert, aber ihr seid noch nicht so richtig drin, dann könnt ihr natürlich auch vorbeischauen. Es ist jetzt natürlich nur so, dass ihr einfach wissen sollt, den Kanal betreibe ich nicht, um damit Geld zu verdienen. So wie Psychotic Block damals, das ist klar. Also es geht wirklich da wirklich um den reinen Spaß und Darts geht in Deutschland sowieso nicht viral. So, ja, das Gameplay ist 105 zu 9. Was ich ganz cool finde an dem Gameplay ist, dass ich es auf Nuketown mit Streaks erspielt habe, aber nicht mal hohe Streaks, sondern Drohne, Hellstorm, Heli. Ich finde mit den drei Streaks, das ist schon ziemlich nice, 100 Kills. Gespielt habe ich mit der Hades, die Waffe finde ich aber ultra schlecht. Dazu lade ich aber morgen nochmal ein Video hoch. Also das ist halt, äh, keine Ahnung. Die Waffe ist wirklich viel schlechter als Tisaug, ICR oder Titan. Also die Waffe kannst du halt komplett vergessen. Gerade mit den Aufsätzen da, ihr seht Rotpunkt-Visier, das sieht so scheiße aus. Das war wirklich, das war eine Notlösung diese Runde. Und dass dann trotzdem 105 Kills dabei rauskommen mit unter 10 Toten. Was, das ist nämlich das eigentlich Geile an dem Gameplay. Unter 10 Tode bleibst du so gut wie nie in Black Ops 4. Und deswegen habe ich mich voll gefreut, dass ich mal wieder so ein cleanes 100 Plus gemacht habe. Äh, ja, und das war übrigens, dem wurde die Ehre aber mal komplett genommen, Freunde. Ja, dann habe ich hier mit dem Crash gespielt, wie gesagt mit der Hades. Und, äh, ja, dazu kommt morgen, wie gesagt, nochmal ein Video. Ganz genau, Freunde. Ihr merkt ja, ich bin zur Zeit wieder, ich kommentiere auch ein bisschen das Gameplay, denke ich mal, weil ich gucke auch nebenbei zu. Ihr merkt sicherlich, dass ich zur Zeit wieder mega, mega, mega Bock habe auf YouTube. Das heißt, wieder, dieses wieder stimmt eigentlich nicht, weil... Das klingt so, als ob ich keinen Bock hatte dazwischen. Ich habe immer Bock auf YouTube, nur es ist halt so, wie mit jedem anderen Beruf, seist du Klempner, seist du, äh, Fotograf oder Pornostar, es gibt Tage, an denen hast du einfach mehr Spaß an deinem Job als an anderen. So ist das halt nun mal, so wie mit allem im Leben irgendwie. Und, ähm, zur Zeit ist es wirklich krass. Und ich will dazu eine Sache erzählen, ihr habt vielleicht schon einen Titel gelesen, da habe ich vermutlich sowas ähnliches hingeschrieben, wie Scorpion Place war tot. Äh, und da möchte ich dann gerne auf mein Video eingehen, was ich im September, war das im September, hochgeladen habe? Ja, das war im September, das war ein Tag nachdem ich dieses Blackout-Video hochgeladen habe. Im Übrigen, wunderschöner, äh, Toolpiece hier, ne? Das ist auch der normale Modus hier, also bis normal 200 Herrschaftspunkt. Es gibt jetzt diesen neuen Modus bis 400 Herrschaftspunkt, aber das ist hier ganz normal bis 200. Äh, ganz genau, Freunde. Im Übrigen, wie gesagt, Lobby hat schon echt Bock gemacht, Freunde. Genau, ich habe im September dieses Video hochgeladen, Scorpion Place ist tot und ich muss auch wirklich sagen, man merkt mir in dem Video auch an, ihr habt es wahrscheinlich gesehen, das hat, glaube ich, die meisten, die jetzt von euch noch aktiv sind, gesehen haben. Äh, man hat mir angemerkt, dass ich da sehr, sehr down war und dass ich wirklich sehr, sehr traurig war, weil es war auch wirklich traurig. Es war eine Zeit, die mir das diesbezüglich einfach das Selbstbewusstsein als Gamer komplett genommen hat und es war einfach krass zu sehen, dass mein Kanal, mein Baby, Scorpion Place, es ist ja wirklich so, mein Kanal, der so wirklich meine Leidenschaft Gaming so gut immer gezeigt hat und dass ich einfach so ein Gamer bin und so und es war natürlich scheiße, dieses Schiff sinken zu sehen. Ähm, das kann aber auch ein bisschen zur Motivation dienen, was ich euch jetzt hier erzähle. Denn, wenn ihr jetzt mal euch auf den Kanal umschaut, ähm, ich kann das ja mal machen, habe ich mein Handy hier irgendwo? Habe mein Handy hier gerade irgendwo liegen? Okay, alles klar, habe ich nicht. Beste Leben. Ich bin der einzige Typ, der ohne Handy chillt. Also, wenn ihr euch auf dem Kanal, ich kann es auch aus dem Kopf ungefähr sagen, mal umschaut, werdet ihr sehen, die letzten Videos haben so um die 150.000 Aufrufe eigentlich alle, bis auf vielleicht zwei, drei, die anderen 200.000, dann gibt es eins, das hat 130.000, irgendwie so in der Art. Ähm, im Übrigen, get raped, bro. Ähm, ja. Ihr seht schon, Leute, das Video damals, Scorpion Place ist tot, habe ich gemacht an einem Tag, wo das Video davor, ich meine, 12.000 Klicks nach einem Tag hatte. Das war ein Blackout-Video. Blackout ist für mich auch nicht das gleiche wie COD, da komme ich gleich zu, äh, weil es könnten ja sonst einige sagen, wenn ich, äh, gleich auf den Punkt komme, dass COD mir geholfen hat. Äh, könnten natürlich einige dann sagen, aha, aber Blackout war doch COD. Das war auf jeden Fall ein Blackout-Video und es war wirklich sehr, sehr schwach angekommen. Und meine Fortnite-Videos davor hatten immer so, naja, wenn es mal ein Kracher war, auch so 100.000 Klicks. Aber es gab halt auch wirklich Videos, die hatten so 40.000 Aufrufe. Und, ähm, das hat mich dann damals dazu gebracht, zu sagen, Scorpion Place ist tot. Nicht falsch verstehen, Leute, ähm, das heißt überhaupt nicht, dass ich nur auf die Klicks schaue. Ich habe das damals ganz gut erklärt, was ich damit meine. Da habe ich auch diese Community-Diskussion mit euch geführt und es war einfach krass. Ähm, und, ja, dann haben immer alle gesagt, mach wieder COD, dann läuft's wieder. So, daran wollte ich aber irgendwie nicht glauben, weil das glaube ich nicht das Ding ist, was mich als Person wirklich ausmachen sollte. Ich möchte nicht abhängig sein von COD. Ich möchte das nicht, weil das will ich einfach nicht sein und das fühlt sich auch nicht richtig an. So, jetzt haben wir aber die Situation gehabt, dass, ähm, Fortnite-Videos machen für mich auch eine Ultra-Qual war. Also, ich habe das damals so ein bisschen angeschnitten, ein Fortnite-Video zu machen. Und, Fortnite war mit einer der Gründe, warum es nicht mehr so gut lief. Das war auch richtig schmerzhaft, da komme ich gleich auch nochmal zu. Fortnite-Videos zu machen war immer sehr schwierig für mich. Ich war einfach erstens nicht gut in dem Spiel und zweitens ist es wirklich, ich kenne wirklich Fortnite-Youtuber, die sterben, wenn die Videos dafür machen müssen. Ähm, weil du einfach in diesem Business, Fortnite, das ist jetzt, das ist wirklich krass, wenn du da Zweiter wirst mit 13 Kills, ich hatte so ein paar Runden, dann wollte man die nicht hochladen, weil du willst die Runden gewinnen, verdammte Scheiße. Und ich finde das so krass, wenn du bei COD mal ein paar Tode kriegst, am Ende kriege ich auch noch zwei, drei unnötige Tode, ey, dann hast du trotzdem deine 100 Kills gemacht und du brauchst es ja nicht am Ende, diesen Win. Aber bei Fortnite-Videos brauchtest du ihn und das ist einfach, teilweise bin ich wirklich an einem Tag 60, 70 Mal am Stück Kill-Tipp-Drop, weil ich ja auch viele Kills machen wollte, ihr kennt meinen Ehrgeiz. 60 Mal am Stück gestorben, deswegen hatte ich ja auch die schlechtste, ich hatte nicht mal eine 1% Win-Rate, ich hatte glaube ich 0,8% oder die schlechtste Win-Rate der Welt, weil ich immer direkt reingegangen bin, gestorben, wieder neu und wirklich, ich bin durchgedreht bei den Videos und wenn ich dann mein Video geschafft hatte, hatte ich die mega Glücksgefühle, wollte, dass es so viele Leute wie es geht sehen und dann hat es wenig Leute interessiert und dieser Teufelskreis hat mich natürlich immer wieder demotiviert und so weiter und so fort und das war dann so der Punkt, an dem ich das dann gesagt habe. Scropping Plays war nämlich nicht nur von den Klicks tot, jetzt schließe ich der Kreis, das sage ich in jedem nachkommentierten Video irgendwie, das war nicht nur von den Klicks tot, sondern das Video machen war auch nicht mehr so, wie ich es geliebt habe. Und das ist jetzt wieder total zurück, ihr merkt es auf meinem Kanal, die Leidenschaft ist da, ich habe jeden Tag eine neue coole Idee und kann euch jeden Tag ein cooles neues Video liefern und es läuft automatisch, weil die Leute sich auch einfach darüber freuen, dass es so ist und ist COD der einzige Grund, ich würde es nicht sagen, ich würde einfach sagen, COD ermöglicht mir die Videos so zu machen, wie ich sie am liebsten mag und ich hätte gerne auch in Fortnite auf jeden Fall Anschluss gefunden, jetzt muss ich natürlich sagen, seit COD draußen ist, habe ich jetzt vielleicht noch ein, zwei Runden in Fortnite gespielt, das war es dann auch, weil das Spiel kannst du ja auch vergessen, wenn du das mal zwei Wochen nicht spielst, da bist du ja der steigste Spieler der Welt, wenn du das mal zwei Wochen nicht spielst, muss man ganz ehrlich sagen, also das ist ja wirklich krass, Fortnite verlernst du wirklich, also Fortnite ist nicht wie Fahrradfahren, COD ist wie Fahrradfahren, finde ich. Klar, war ich auch nie so wirklich gut, aber mich da jetzt hinzusetzen, ihr kennt mich, ich will nie schlecht in irgendwas sein, das quält dann. Was ich euch aber sagen würde, ist, was ich damals auch schon gesagt habe, ich habe das Video gemacht, Robinbase ist tot und jeder andere YouTuber hätte sich dann eine Pause genommen und hätte dann gesagt, ach, ich fange dann in einem halben Jahr wieder an, dann läuft es, aber so bin ich nicht und das ist vielleicht auch der Punkt, den ihr vielleicht mitnehmen könnt, ich habe ja vor ein paar Tagen schon mal so ein kleines Motivationsvideo hochgeladen, dann kommt jetzt direkt noch eins und zwar, Freunde, ohne Scheiß, ihr habt es gesehen, ich habe den Kanal wieder aufgebaut und zwar, weil die Liebe dafür so groß war und gebt einfach nicht auf bei sowas, ihr schafft es wieder hoch, wenn ihr mal ein Tief habt, dann ist das so, das habe ich wirklich auch gedacht und ich bin deswegen so stolz, weil das Mindset hat funktioniert. Ich habe mir in der Sekunde gedacht, du hast jetzt gerade dieses Tief, da kommst du wieder raus und ich habe es dann wirklich geschafft, so da wieder rauszukommen. Und dafür bin ich einfach mega dankbar und dafür wollte ich mich natürlich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in diesem Video ist, wollte ich mich natürlich auch bei euch bedanken, weil ohne euch wäre das natürlich auch nicht mal ansatzweise möglich gewesen. Ihr habt mich bei COD wieder so krass supportet, wie ich das von euch gewohnt war und ihr übertrefft es jeden Tag selbst und lasst doch einfach mal ein Like für euch selbst da, das habe ich neulich in dem Video gehört, dachte erst, das wäre so der übelste Move, um Likes zu kriegen, aber da Likes für den YouTube-Algorithmus sowieso nichts bringen, wäre es natürlich cool, wenn ihr einfach mal eins raushauen würdet, wenn ihr es mir gönnen würdet. Wie gesagt, es ist krass, Scorpion is jetzt mega aktiv und ich bin so dankbar. Klar, auch wenn dieses Video diese Klicks nicht erreichen sollte, ist es mir auch scheißegal. Es ist einfach krass, dass allein dieses Interesse wieder da ist an dieser ganzen Materie und wir ganzen COD-YouTuber, wir freuen uns natürlich mega, dass Black Ops 4 so gut bei euch ankommt, dass ihr euch das Spiel so gerne reinzieht. Klar, schreiben auch einige hin und wieder mal, ich gucke nicht, obwohl ich kein Black Ops spiele oder so und das ist natürlich auch cool, das freue ich mich natürlich besonders drüber. Weil ich ja immer dachte, dass dafür der Hauptkanal wäre, aber wenn jemand das auch hier so empfinden kann, finde ich das richtig nice und das freut mich natürlich sehr. Und ja, ganz genau sieht es aus, Freunde. Ich freue mich extrem daran, dass wir diesen Kanal wieder so aufgebaut haben, wie wir es jetzt geschafft haben gemeinsam und bleibt an euren Zielen dran, das ist ganz wichtig. Genau wäre ich an diesem Gameplay hier, ich wollte immer nicht dieses 100 Plus und dann habe ich es geschafft. Ich meine, ich habe jetzt nicht ultra lange drauf gespielt, aber ich denke mal, es ist ein ganz chilliges Gameplay eigentlich geworden, ganz genau, Leute. Also, vielen Dank an euch, ich hoffe, euch gefällt die Zeit derzeit auch auf Scropping Place. Ich hoffe, das Ganze macht euch Spaß, so wie es gerade läuft, so wie der Hase. Läuft hier heute im Übrigen richtig lustig, da habe ich so getryhardet, diesen Tod nicht mehr zu bekommen, Leute. Das war einfach zu, zu heftig. Ich wollte diesen Tod nicht bekommen. Ich schalte nochmal kurz hier auf die Cam um, weil das Ganze sonst hier, ich habe das Ganze hier, musste ich wieder mit der Dingens aufnehmen, Alter. Mit dieser Share-Funktion, weil ich wieder mal die einzige Runde, die gut war, nicht aufgenommen habe. Das ist wieder so typisch gewesen. Aber naja, Freunde. Also, COD als Fazit hat mir wieder Spaß gebracht am YouTuber sein, so wie ich es gerne wäre. Auch freut mich war eine coole Zeit, aber ich bin jetzt wieder wirklich hier back und ich wollte mich bedanken, dass wir den Kanal zusammen wiederbelebt haben. Vielen Dank. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Checkt gerne den Darts-Kanal ab, würde ich mich sehr drüber freuen. Haut rein, bis dahin und ciao.